Ich bin ein Helikopter. Ich habe jetzt nicht kommen. Was? Ich habe mich umgedreht. Ich habe mich umgedreht! Der Bank ist vom im Hinterstand. Ich habe mich umgedreht. Ich habe den Drachen zu jagen. nachdem es auf die Brüder heute machte ich glaube er macht er ein paar Prozent war ich sehr erkannt er hat er aber das er hat er und Prozent zwei Proben das war nervtötend der Fall da war er abgelenkt er hat er geachtet ich will mir doch nicht ein Daniel Fischler Stimmen Rücken eines Tiers im Auge eines Drachen wir müssen schon wieder so ein Schwert zusammenbauen ich dachte, dass ich dir Elder Scrolls und nicht Lego weg der Daniel, der hat nackte Füße ja ähm, ja verdammt der Junge hat gar nicht so weit springen halt die Schnurzlüfte das hat fröhlich die Geräusche der Liebe gemacht hier mal dieses Geräusch mit irgendeiner harmlosen Kreaturstier die sind, die haben uns Daniel, hier ist alles feindlich, das ist die Natur der beschwert hat viel okay, komm wir machen damit hier vorsichtig schon tot da ist ein Oblivion da ist er so muss der kleine Karte ich halte mich ein bisschen zurück ich mach meine Ketten Alter boah, verrecklich mein Gott, der ist es, was ich da rauskomme Gott zum Beispiel schau sie jetzt stein dann sind sie zwartig bei Drakonischer Macht erreicht ich hoffe, meine Fähigkeiten zu erlernen, Daniel jetzt verliere ich meinen Schneeflocken-Status warte ja, ich bin eine Schneeflock, ich bin einzig, harte ich unsere Charaktere sind schon zu identisch meiner ist grün und deiner ist grün aber nur, wenn nicht keine Waschsage sind oh Gott, diese Scheiß-Barbaren, ey das ist die ultimative Rasse hier, ey, überall sind die Orks, ey, was machst du da schon wieder auf, die Sachen zu klauen? mach ich doch nicht doch nicht ich mach mir meine Bonn ich mach mir meine Bananenüberraschung ich mach mir meine Bananenüberraschung oh Gott, so heißt es deine Biographie, ich mach mir meine Bananenüberraschung irgendwie kämpft er da gegen Dämonen und andere Viecher, so hat alles angefangen mit einer Bananenüberraschung ja und der dritte Weltkrieg wurde auf Wellwölfe mit Nazi-Körpern ausgedreht was nur ein Schuss ich hab jetzt Feuer geschossen na okay, nach dir so lange der nur die angemacht, ist das glaube ich nicht schwer ich bin gleich tot krass das war nichts neues bei dem Viechern aber der hat auch nicht so viel aus was hab ich das Gefühl lass dich nicht testen dauer ey komm ich noch einmal wieder beleben aber so viel hätte er nicht aus wie die anderen anladen lass dich nie aber nicht von diesem scheiß Blitzdingern treffen aber da kommt auch jemand oh Gott ich glaub ich wurde grad geheilt nicht zu weit mitgegangen und zählt das nachher wieder ich nehm ich mal an wie bei dem einen toll bei mir oh Gott oh Gott so gut, der selbe ist mein Gott das weg da, nicht da vielleicht auf die Dinge aufpassen und auf das oh Gott, der hat mich gar nicht er fällt er fällt er fällt das hat gesagt oh Gott er hat mich geschlagen halt ein großer verdammt wo seid ihr jetzt Wasser weit weg das ist sehr gut der hält ein du musst zu dem Typen gehen ich muss meinen Weg da wieder zurückfinden ich komme nein das ist doch nicht im Wasser auffährt da zu fuß bin ich sowieso schneller ah wie sollt der denn jetzt wieder voller Energie ey boah ey ok wir sind wieder außer Reichweite ok wo ist denn das Gebiet von dem ich weiß nicht ich hoffe er macht den schaden ich sehe nämlich nichts ich bin einfach nur weg jetzt hat er wieder voller energie warum er weiß ich nicht weil ich sehen sein gebiet so mehr hier ja das ist ja ja das ist ja da ist das ganze bitte gefahr ha geh weg von mir wie oft er nach mir gefuchtelte hat ja jetzt ist mit einer ja und ich bin leicht tot warum krieg schaden was und er hat wieder voll ja da war doch noch einer von uns ich bin ich verstehe das nicht da habe ich gar nicht getroffen da wäre es ein schaden bekommen mit 5 keine ahnung da werde ich auch kommen auf das fiech so wird der gefangene muss für seine verrat das ist wieder wieder brennt ich hoffe ihnen soll der kopf abgetrennt werden zum teufel warum habt ihr ihn gezwungen zu gehen zum teufel er hat kurz gebrannt jetzt ist er gelöscht worden ich habe den noch nicht angefasst ja okay das ist echt kranker shit daher passiert oh yeah ja noch probleme ja irgendwie schon er hat die scheiße von denen an ne da muss auch so einer ich ich glaube heute das hört sich aus als hätten die alle irgendwie grad einen Orgasmus gehabt denn dann ja 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 jetzt machst du das so selbst wie ich schon am Rücken der eine klatscht einfach alleine als mein hier ja wieder dabei war er gehört war dass er nicht gehört die Sensor ich will seine Hose bei der Wüste bei der Spoiler menschenstärken wenn sie tot sind aber vorher auch vorher Was wollt ihr? Ich gehe einfach mal weiter. Das ist ein Bostard, weißt du schon, ne? Wat? Der hat verloren gegen den. Der Dalen geht einfach rein, ey. Ja, der sagte, ich sollte da reingehen. Der Spieler hätte den fast geschafft, ey. Nein, ich komm nicht mehr zurück. Dann links wohl an dir. Ich geb die Mission hier ab, bevor ich die Bananen hier stehe. Vor denen in seinen Augen... Das bin ich auch. Inlineskales, inlineskales, komm wir fahren mit den Inlineskales. Der Dalen mit seinem Tanz der sieben Schleier. Das ist ein Dance Battle, ey. Das ist so, irgendwie so epische Musik wie Mortal Kombat oder so irgendwie nach und kommen. Dun 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 dun. Was hast du überbacht? Ja, ich muss den Kreis benutzen. ich habe dich noch gar nicht angesprochen was geht hier vor ich kann sehr schnell sprechen wo bist du hin, Hange? ich bin in einem Raum mit voll viel Bücherregal das ist doch Paradies hier wir verkaufen ausgeschlagene Zähne und Feuerweh wir schlagen den so, da fliegen die Zähne wie Popcorn macht schon, versuchen wir es ich sterbe lieber im Kampf nun, das ist eine Erleichterung was sollen wir versuchen? will der Geschlechtsverkehr oder was? du hast schon versucht es der ist jetzt unser Sklave du nimmst ihn von vorne und nicht von hinten oh, bitterer T ich zieh den bei den Haaren du ziehst ihn bei den Bart du ziehst ihn bei den Bart oh Gott, Menschen wie Menschen du er richten da schon wieder aber der Frederic nein er ist Frederic nein wotteric nein was haben die mit dem Butler gemacht? weißt du, Alfredo Pisser der ist doch nicht Frederic oh, der Meister auf Ruhe das war ein Pisser der gibt doch keinen Butler der Frederic die heißen immer Alfredo oh, eine lila nach Helm für mich oh, geil ich spür ein bisschen mit der Wäsche das ist ein dunkel Schritt Helm jetzt hast du dunkle Schatten im Schild auf, glasen auf, glasen auf, glasen die